und eine weitere kohle ader vernichtet ich glaube jetzt hier in dem gang werde ich jetzt nicht mehr so glücklich wahrscheinlich wenn sie nach oben geht ist ja wahrscheinlich hier nicht mehr irgendwie das große an ärzten denke ich mal ja war ja zu erwarten nämlich direkt alle wieder mit uns ich will hier nicht verschwenden für höhlen die kein ende die ein ende haben meine ich bleibt da aber ist ja nicht schlimm gehen wir einfach in die andere richtung da gibt es ja auch noch genug zu erkunden und zwar hier an der decke ist es gerade nichts aber hier lang da haben wir wieder ein bisschen eisen sehr schön da haben wir wieder was ein bisschen zum abbauen und hier geht es noch tiefer rein was sieht denn mein verkrümmtes oge da eine kohle ader bestehend aus drei kohle immerhin besser als gar nichts und noch mehr eisen erblicke ich und dahinten ist auch noch mal kohle hier so immer alles natürlich auch hier wieder mit so und ihr seht wie schnell diese spitzhacken ihre haltbarkeit verlieren genau deshalb muss man wenn man aus stein sachen macht einfach mehrere immer dabei haben wenn man das aktiv benutzt da oben ist ja auch noch was dort wie groß ist diese höhle auf einmal wisst ihr in die eine richtung hat sie spontan auf und in die andere weitet sie sich einfach bis nach brasilien aus sollen wir aber rechts und hauptsache es bringt mir schön ressourcen wir brauchen auf jeden fall noch mal so ein paar fackeln ach ich brauche ich brauche ein paar mehr so ich denke das sollte vielleicht reichen für die nächste zeit da kriege ich auch bestimmt zwei stacks raus oder okay fast zwei stacks wahrscheinlich eineinhalb ist ja auch irgendwo fast zwei stacks ne so dann geht's aber hier vorne rein sehr schön nein 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 als ob oh mein gott oh mein gott wir haben es gefunden wir haben es verdammt noch mal gefunden meine lieben damen und herren herzlich willkommen im allerersten dungeon hier in dem projekt wir haben unser erstes dungeon gefunden das wird ein richtig schönes thumbnail so hoch das wird ein richtig schönes thumbnail das wird mir das wird wie wunderbar so ich demonstriere das einmal ganz ganz kurz wir machen einmal kurz die monster an so dann mache ich kurz die fackel hier weg und dann sollten wir gleich dann durch diesen block dann hier rundherum monster erscheinen die es dann zu bekämpfen gibt ich gehe mal vielleicht eher in die richtung wo ich halt ein bisschen fliehen kann wenn überhaupt noch monster auftauchen hallo also normalerweise so oh gott oh mein gott hat mein herz gerade gebrannt war das ein herzinfarkt alter schwede ja genau das ist das resultat daraus machen wir direkt wieder aus die kacke boah was ist das denn einmal einmal keine ahnung fischstäbchen Settel haben wir gefunden und zwei eisenbarren ein paar fehlen etwas schwarzpulver und ein weiterer eimer ich weiß nicht was man mit Settel machen kann weil es gibt ja keine pferde aber aber wir haben sie vielleicht kommen ja noch mit den kommenden updates das ist ja alles noch eine alpha version das heißt dass viele sachen implementiert werden die noch keinen verwendungszweck haben aber das kommt ja noch mit der zeit dann mit den kommenden alpha version hm wisst ihr was wir bauen uns einmal nach oben und dann will ich oben an der oberfläche die stelle markieren wo das ding ist damit wir den ja niemals verlieren damit wir den niemals verlieren weil die dürfen wir nicht verlieren das dürfen wir echt nicht verlieren das ding weil wie wahrscheinlich ist es dass wir nochmal so einen finden die sind ja mal so selten ich hätte nie gedacht dass wir einen finden würden ah es ist doch so nah an der oberfläche ich dachte wir wären eigentlich tiefer so wo sind wir denn ähm hier sind sehr viele bäume also kann ich davon ausgehen dass wir hier noch nie waren weil ich die schon 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 äh 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 weil ich die schon sonst schon längst alle abgebaut hätte ich markiere das einmal ganz kurz mit so einem turm einfach ach wir sind hier in die richtung geht es halt zum haus ja der turm sollte ausrechnen so verlieben ist auf jeden fall nicht mehr machen wir hier noch vielleicht noch so fackeln hier rund drum einfach nochmal so hier zack und mal hier so eine fackel und dann uh ich dachte gerade ganz kurz das war es mit uns ich finde das richtig richtig cool ich finde das sowas von dermaßen cool das kann ich gerade echt nicht in worte fassen das kann ich nicht in worte fassen aber wir haben eines gefunden nach langer 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 zeit ich hätte niemals gedacht dass das doch noch passiert im let's play aber jetzt ist es hier sehr schön sehr 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 schön sehr cool vor allem verdammt ist das cool das freut mich gerade riesig wirklich man hört es hier vielleicht nicht raus aber innerlich ich freue mich gerade wirklich riesig darüber dass wir uns gefunden haben uuuh sehr schön zack wieder eine dickere kohleader gott sei dank dies war ein bisschen mehr als nur drei stück wir müssen aber auf jeden fall uns gleich mal daran aufmachen eine eisenspitze zu machen ein bisschen haben wir jetzt schon mal gesammelt wenigstens dafür könnte aber ruhig noch ein zacken mehr werden oh wie cool wirklich das flasht mich gerade so ein bisschen innerlich hier wie würde die heutige jugend sagen äh 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 swag einfach alles swag hier ich finde das richtig cool ok verlaufe ich in die richtige richtung überhaupt ach genau wir wollten in die richtung eigentlich gehen sind aber spontan da hoch gegangen uuuh eises wasser uuh wisst ihr was wir haben ja jetzt Eimer wir haben ja jetzt ein paar Eimerchen nimm ich einfach die lava mit so einfach und dann können wir gleich in aller ruhe das eisen da oben abreißen wenn die lava hier so vielleicht ein bisschen verschwunden ist vielleicht muss ich auch nachhelfen ich helfe mal nach hallo also irgendwie will die nicht verschwinden ich weiß auch nicht warum aber egal so sehr schön und dann gehen wir einfach hier rein und noch mehr eisen ich dachte gerade ganz kurz da wären Diamanten die auf mich hier sehnsüchtig warten würden aber ich glaube so oder so sind wir dafür eh noch ein bisschen zu hoch dann müssen wir ein bisschen tiefer gehen ok wir sind gerade auf der Höhe 42 also es gibt jetzt mittlerweile auch so Koordinaten die angezeigt werden einmal die x-Koordinate die y-Koordinate und die z-Koordinate ist quasi auch wie im echten Leben x und z sind halt halt Länge und Breite und y ist halt einfach Höhe so und jetzt müssen wir ja tatsächlich eine neue Spitzsacke machen es ist soweit zack 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 oder ein bisschen direkt 2 wenn wir schon dabei sind dann hätten die auch vielleicht ein bisschen länger oder machen wir direkt 3 wir können auch direkt 3 machen natürlich nur ist halt das kommentieren wenn man gerade nichts macht außer zu warten manchmal ein bisschen kompliziert hier ist noch eisen zum mitnehmen gleich und da hört es dann auch schon wieder auf und ich glaube dann müssen wir uns tatsächlich einfach tiefer buddeln weil den Rest von der Höhle haben wir jetzt schon alles ab erkundet da gibt es nichts mehr spannendes, neues, cooles, krasses zu entdecken da holen wir dann einfach ab von hier und gehen einfach nochmal tiefer unter die Erde und suchen nach Diamanten wenn wir eh schon da sind können wir auch das machen sieben Stück, das reicht auf jeden Fall schon mal für 2 Spitzsacken sooo sehr schön und dann brauchen wir nochmal nochmal ein weiteres Eisen und dann haben wir genug zack so einfach geht das Ganze brauchen wir nochmal ein paar Stöckchen hier das Klatsch war aber hier in die Werkbank rein 3 Eisen und dann haben wir eine dritte Spitzsacke das reicht aber jetzt erstmal mehr brauchen wir nicht ich verstehe nie so genau warum der Ofen so unglaublich lange braucht zum abbauen naja aber ist ja auch egal bisschen düster hier vielleicht grad so mal hier noch Eisen ok zack gehen wir wieder zurück besser gesagt gehen wir einmal kurz hier runter und ab da bohlen wir uns nochmal tiefer so von wo kommen wir ursprünglich ursprünglich komme ja von irgendwo von hier irgendwo von wir bauen uns auf jeden Fall jetzt hier runter müsste so auf ich würde mal sagen Höhe 11 ungefähr sind das sollte theoretisch reichen für Diamanten weil es ja immer nahe nahe des Grundsteins der Welt ist noch ganz viel Kohle zum mitnehmen wir können auf jeden Fall sehr sehr viel wir beraten damit am besten wäre es eigentlich mal daraus Kohle Blöcke machen könnte aber sowas gibt es ja auch nicht in dem Spiel aber wusstet ihr es gibt Eisen, Gold und Diamant Blöcke nur wie oft kommen wir dazu so viel Ressourcen von den jeweiligen Sachen zu haben dass wir daraus Blöcke machen könnten also Diamantblock wäre ja schon eine feine Sache aber ich komme auch gut im Let's Play aus ohne es ist also nichts dringend Notwendiges jetzt wie gesagt bis auf die drei Diamanten die wir für die Spitzhacke für das Obsidian gebracht haben brauche ich eigentlich absolut keine Diamanten mehr in dem gesamten Let's Play brauche ich nicht mehr ich habe eine Spitzhacke die benutze ich nur für diesen einen Zweck und ansonsten brauche ich das Zeug nicht mehr heißt nicht dass ich mich nicht freuen würde wenn wir jetzt welche hätten ich meine nur ich komme auch gut ohne aus dennoch würde ich es bevorzugen würde es auch besser finden wenn wir welche hätten so auf die Ebene gehen wir noch runter habe ich noch ein paar Blöcke dabei natürlich habe ich noch ein paar Blöcke da das Eisen nehmen wir noch mit hier so und ab da buddeln wir einfach geradeaus bis wir dann irgendwo was hinten wir machen wieder unser süßes kleines aber feines mein mein äh wer ist das nochmal Strip Mining System genau Strip Mining System wie ich es euch schon mal gemacht habe wie ich auch euch schon mal erzählt habe dass das in dem Video passiert als wir damals den die ersten Diamanten gefunden haben das weiß ich noch Gott die gute alte Zeit das ist aber auch schon wieder ewig her ich glaube da hatte unser Haus noch gar kein Dach auch wieder ein bisschen bisschen Rotstein gefunden das kommt auch alles mit habe ich zwar eh kein Verwendungszweck für aber egal Hauptsache wir haben es schön geht das? Aha ich habe so einen kleinen Trick auf Youtube gesehen wenn man unter so so Kieshäufchen so eine Fackelgartenstelle hin macht fällt das alles drauf wird direkt zum Block zum einsammeln ich denke das spart eigentlich ganz gut Zeit so wir buddeln jetzt noch ein paar Blöcke hier vor und dann buddeln wir jetzt mal den kompletten bisherigen Gang einfach in die Seiten rein vielleicht findet man ja ein paar Dias ich baue noch ein paar Blöcke und dann hören wir damit auf wenn wir dann in den Seiten gehen keine Dias finden dann gehen wir zurück dann gehen wir zurück einfach dann hat es ja auch keine Hoffnung mehr